passen wirklich sechs erwachsene im bus und wie praktisch ist ja vorne kann ich gut sitzen eine reihe dahinter kann ich mit 184 auch gut sitzt alles klar noch eine reihe dahinter 3 x 184 in reihe geht das aber ganz 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 problemlos und jetzt wird husten ja noch oft vorgeworfen okay die haben den platz aber wenn ich dann die sitze mal nicht brauche das ist doch bestimmt einen riesen ecken sitz auszubauen ja dann probieren wir das der rest einfach mal aus das heißt ich klappe den sitz erst einmal greife ich hier durch klappen nach vorne nehmen dann das hier klappen hier nach vorne und dann muss ich noch so ein stückchen ach die entriegelung mir können und ich habe ihn fast ich habe den sitz draußen